Herzlich Willkommen zurück zu Zenless Zone Zero. Wir reden jetzt mal mit unserem Bruder. Es war ein ziemlich anstrengender Tag. Belle, gibt es noch etwas zu tun? Hm, Nekomata sagte, dass sie etwas später zu uns kommen wollte. Ich weiß aber nicht, wo sie gerade ist. Ich guck mal, ob sie eine Nachricht gesendet hat. Richtig, wenn sie nicht mehr weit entfernt ist, dann würde Nekomata dir eine Nachricht schicken. Belle, schau mal in dein Knock Knock, ob du eine Nachricht bekommen hast. Knock Knock. Miau. Bitte lass jemand anderen tippen. Ich bin wieder da, ich bin wieder da. Miau. Hast du an der Sixth Street angekommen? Es tut mir so leid, dass ich euch Sorgen bereitet habe. Das habt ihr doch, oder? Was habt ihr? Nein, 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 nein. Natürlich. Ich mache mich jetzt sofort auf den Weg zur Videothek. Miau. Ich sehe euch später in der Videothek. Miau. Okay. Äh, okay. Wartet auf mich, ich beeile mich. Ich will nichts verpassen. Hm. Ich begrüße natürlich vor dem Ladeneingang. Kam hat es so die Tür der Videothek geöffnet, stürmt Nekomata hinein. Ich bin wieder. Ich bin wieder. Äh, was ist passiert? Wenn du etwas zu verbergen hast, kannst du mit uns darüber sprechen. Nekomata. 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 Okay. Nekomata. KI-Assistentin Ferry oder wie sie auch immer heißt, sie abzuspielen. Ich werde nichts mehr dazu sagen. Sobald du die Fakten gesehen hast, kannst du deine eigene Entscheidung fällen, ob du mir glaubst oder nicht. Miau. Belle, lass Ferry die restlichen Videodaten abspielen. Wir haben noch Zeit herauszufinden, was hier vor sich geht. Er tritt den Kampf. Let's go. Wie viele Mal haben ich gesagt, nicht zu machen eine Ruckus zu lassen? Wir müssen nach der Red Fang Gang zu besuchen und Endeffekt diese Kommission. Könnt du bist mehr wie Nekomata, schnell und ruhig? Auch wenn der Wurzungsgerät kam, wird sie nicht noch einmal erkennen. Eheh, was ich gesagt, wir können bled Nine Lives haben. Das ergänzt für was. Alle, warten. Sie sehen, die Straßenrauhe auf der Seite der Straße? Es ist nicht nur hier gebrochen, eine Gaping Hole hat sich gebrochen. Ah, sie ist richtig! Looks wie die Dead End Butcher ist hier. Wir werden sehen, wenn wir weitergehen können. Das ist kein gut. Since es gibt signen hier, wir finden einen anderen Weg. Nekomara, will Sie sehen, ob Ihr Carrot kann eine andere Weg zu der Red Fang Gangs base? Ja, Sie können einen anderen Weg finden, aber die Route we're on ist die most direkt. Ich weiß, Sie sind zu finden, Ihre Familie Heirloom, aber das ist kein normales Mission. Safety first, als sie sagen. Was ist falsch? Sie sind wie jemand auf deinem Begriff. Over there! Ich habe ein kleiner Kind aus dem Pass just now! Huh? Huh? What are you talking about? You know we're in the Dead End Hollow, right? There have been cases of small children entering the Hollows by mistake. But the direction you're pointing, Nekomara, is the original route we were planning on taking. Hey! You think I'm just saying it to make you take that path? I really did see a kid! A little girl in a blue top with brown hair and a ponytail! Hmm, that's a pretty detailed description. Maybe she really did see her. Even if we believe you saw the child, are you suggesting we go save her first? I should remind you, this is not what we were commissioned to do. What's that supposed to mean? It's not part of the commission so you'll just ignore a child lost in the Hollow? I knew you were boring, but cold-blooded too? If you're worried about not getting paid, don't be. I'm not like you. I'll pay you extra for looking for the girl. I didn't expect you to not be a bad person. Oh, huh? That had me scared just now. When she pointed out the child, I really thought her next line was gonna be... Forget the kid! I want my family heirloom! But this kid is a kind employer. If you really are determined to save the girl, Nekomata, then I'll go with you. You don't need to use the commission fee as a bargaining chip. And B! You should at least ask me when it comes to commission fees. Huh, guess it can't be helped. But I agree, we can't just leave a kid in a place like this. A kid's aptitude for ether is underdeveloped, and she can't save herself. Every minute spent in the Hollow is dangerous. Not to mention the dead-end butcher is around here somewhere. Let's get going! Time and space change fast in the Hollows! If we don't hurry, we'll never find her! What are you waiting for, Nekomata? Let's go! Uh... Oh! Coming! They really... seem to be sincere. Oh man, what am I thinking about this now? There are so many ethereals around. That kid really worries me. Not as well, I don't see any signs of them on the way over. Still, hopefully we can find her. And fast. Ich musste doch noch die Lautstärke einstellen, Leute. Ich will take care of them. So. Dunder! Gebiet aufgeräumt, begib dich nur zum nächsten Gebiet. Ja, ja. So. Was ist hier? Ach so, da darf ich nicht. Die laufen so schnell, das ist so ungewohnt angenehm. Oh! So. Also, Fernangegriff ist halt echt schon angenehm. Ok Let's go My visual components are pretty good too Hey, do you all think there are more and more claw marks around here? We've been coming across stronger ethereals too Now that you mention it We can't keep going like this How can we save anyone when we're in danger ourselves? We need a plan Nekomata, are you sure you saw her? Why is it every time you see her, we find nothing? The hollow changes so quickly By the time we've gone over, things have already warped It's not my fault If we want to catch her... You guys just need to keep up! Negative We don't have the physical advantages when it comes to running like you do In our current situation, we should reserve our energy to escape if we encounter the dead-end butcher Oh What's that supposed to mean? You talk about saving people But when the time comes, you can only think of yourselves That's not true Really? Then you mean you aren't confident in your abilities? I can't pretend I didn't hear that If I get serious, even Billy using his fuel reserves can't beat me I can't pretend I didn't hear that, Ambie No problem then! We'll just run after the girl from now on! I'm more than happy to What? Wait! Isn't anyone gonna ask my opinion? Scheinbar nicht Just leave it to me Ah, so schnell kann ich die Lautstärke nicht umstellen, Leute! Wir rennen ja wirklich richtig schnell! Hilfe! Get away from me Get away from me I'm over here I'm over here Come on, boss Yeah Field of tower of story light Cut Cut Yeah Yeah Das war schnell From the looks of it, we're already deep within the dead-end hollow I pooped! We've been running for so long! You guys have pretty good stamina Weren't you the one who said the only way to catch up with the kid was to run? Now you're the first to complain Nonsense! I can still outrun you all! Okay, okay Everyone just take a break We'll keep looking in a minute On second thought, this area is about to be demolished So the residents should have been evacuated How did a kid get in? Maybe she got lost when her family was being evacuated If it's like that movie, only a ghost would appear in such a place Her sudden appearance was only to lead the rescuers into a deadly trap There's no such thing as g-g-ghosts! And don't do movie promos at a time like this! Don't worry, if a ghost attacks, I'll protect everyone Really? Can you guys not say stuff like that? Right, I feel better now Let's get going Wait a sec! It's a kid! Over there! Don't run! Wait for us! Huh? Wait, that can't be right There... really is a kid in the dead end hollow Yeah, but she didn't have a blue one? Hurry, faster! We have to keep moving! The girl is just up ahead! Quick, Jambi! Billy, go grease your gear! Get away from me! What is that? Okay So... This is a good is that good, is that good? Also, it's not too bad What? Und dann nur.... Ach so, da ist noch einer. Ja, ich bin jetzt hier. What are you talking about, huh? We saved you. Saved me? I saved you! Why are you wandering around that monster's territory? If I hadn't led you here, you'd have walked right into it. Huh? What do you mean? If it weren't for you guys, I might have found the holo's exit back to New Eridu by now. I think I can hear something. What's that? What's going on? An ethereal? That's the dead-end Butcher? He's a lot bigger than I expected. It's catching up. We've got nowhere left to run. Huh? This bright light. It's the holo-exit! She fell outside! A pretty risky, but cool, landing. Oh, good. The kid's okay. Oh, 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 oh! I, oh, I almost got a concussion! I didn't expect to get out of the holo like this. Nicole! Ugh, seriously! Why is every single commission such a struggle? Nicole! Nekomara, considering the circumstances, don't you think we deserve a bonus? Nicole! I hear you! I've barely been sitting on you for a minute. Stop complaining! No, it's not that! Look in front of you! Huh? Isn't this canvas street? Then these people are... Wait. This is the blast zone. It was supposed to be cleared. Why are there so many people? Nach einer kurzen Weile. How many are there? Over a hundred, at least. Me and Enby only did a rough count of whoever was willing to come out and speak to us. There could be even more. I thought that Vision said they cleared everyone out days ago. They say they don't know what's going on. They haven't been able to contact anyone on the outside for a week. I'm guessing Vision has set up jamming devices. Children, you must be coming from the city. Are you bringing any news? Excuse me, who are you? Oh, the little girl you just saved from the hollow is my granddaughter. Thank you for rescuing her. She's always been naughty. She thinks she can sneak into the hollow safely just because she's got ether aptitude. Yesterday, because a public security officer wouldn't tell her the exact time, she came up with an idea to go to New Eridu and ask around. I took my eyes off of her for one second and she ran into the hollow. Um, excuse me, an officer? Did you say an officer came by? Yes, that's right. Yesterday, my granddaughter and a few neighbors got tired of waiting and headed to ask Vision what was going on. But an officer stopped them before they got there. They said nobody could get through because explosives were being handled nearby. And once things were ready, a train would be coming for us. Most of us here are old, sick, and disabled. Other than my granddaughter, none of us have any aptitude for ether. So we can't go anywhere. We were told to wait. So that's all we can do. But it doesn't make sense. How can something as big as a mass evacuation of residents not be scheduled in advance? They just left everyone waiting for notice. And I haven't heard of public security being involved in the project before. Miss, you mean to say? That public security officer who stopped the residents is suspicious. Huh. There has to be more to it than this. I remember them saying Vision Corporation won the bid thanks to a much lower cost. I get it. The metro renovation project is one of the most talked about in New Eridu. It's technically and financially demanding. And they still have to relocate the residents. But if Vision just dealt with the residents along with the demolition, that'd save costs. So what you're saying is, Vision has just abandoned us all here? Vision always wanted to perform well enough to enter tops. But I never thought they'd stoop so low for a seat at the table. No. We can't let Vision get away with this! Nicole, what do you plan to do now? I didn't expect this when I took on the commission. Fine, sure. We came into the dead-end hollow looking for something. And yeah, saving a kid along the way is a good thing. But a small, odd job agency can't take on a massive corporation. So, what do you two think? I'll do whatever you say, boss. But, Anbi... I didn't expect to agree with Nekomata on this matter. I'm staying. I understand Nicole's thinking. But I can't follow this time. This is my chance. I won't make the same mistake again. Is that so? Going against a corporation? Anbi... You really... Hold at my heartstrings! They're the Vision Corporation! They may be big enough to join the Tops Alliance! Just think of the money we could squeeze out of them if we threaten to expose them! Quickly, Billy, Anbi, go tell each of these gold nuggets... I mean, victims... That the cutting hairs are willing to represent them in their lawsuit for compensation! Don't just stand there! Get everyone to sign the authorization forms! Collect them one by one! And Nekomata! I know you're our client, but I have something for you to do, too! Oh? Me? You want to save everyone, right? You know the area, and you're the most agile. Here. Take my bamboo. I want you to take it someplace, and get help. Okay, that's everything! Nicole told me they'd stay in the construction area, collecting victim signatures and monitoring Vision's movements. My mission was to find Faith in and get help. After leaving the others, I went back through the Dead End Hollow and came straight to your store. Really? I'm not lying! Neko and everyone else in the Blast Zone are in grave danger! Please, Faith in! You have to help me save them! We believe you, Nekomata. But as professional proxies, we have to warn you of the risks involved. Right. In saving all the residents, we'll inevitably come to blows with the Vision Corporation. You don't need to tell me that! I made up my mind ever since I left! All I can think about now is getting everyone out of the Blast Zone! Okay. If the client has made up her mind, there's nothing more to say. Well then, let's work on a rescue plan. Take a look at this map. The cunning hairs and the residents are trapped at the Canvas Street Station, which is several kilometers away from the surveillance point where Pearlman's located. But to keep the trapped residents in check, he's transported a number of armed mercenaries pretending to be public security by train. Speaking of which, the train that we delayed earlier is almost at its destination, so there'll be even more people to guard the residents. We're not strong enough to face them head-on, but perhaps we can take advantage of holes in the enemy's defense. What does that mean? Look, those trapped residents have no Aether aptitude, so the mercenaries don't expect anyone coming from behind. With everyone guarding the front, the surveillance point should be relatively unguarded. That makes sense. We can go around behind them through the Hollow and catch them off guard. Good idea! And then? Then, we quickly hijack the train at the surveillance point and go through the Hollow to the Canvas Street Station. As long as the residents get to the station platform in advance, we can have everyone out of the blast zone in minutes. How clever! The train itself has some resistance to corruption, so as long as we get them out of the Hollow quickly, they will get affected! Hey, Fairy, can you drive the train out of the Hollow and into New Eridu as quickly as possible? Affirmative. I have already mapped out the shortest route. No time to waste. Let's get started then. Nekomata, take this Bangboo. Go find Nicole and tell her the plan. Then? Right. Then? It's crunch time. Nekomata ist bereits auf dem Weg in die Höhle. Wir sollten ebenfalls unsere Vorbereitung treffen und so schnell wie möglich zu ihr stoßen. Allerdings könnte die folgende Aktion eine ziemliche Herausforderung sein. Nicht nur wegen des Konflikts mit der Vision, sondern auch wegen der unerwarteten Situation, die jeden Moment in der Höhle auftreten könnte. Können. Egal. Immerhin treiben sich in den Sackgassen, Höhlen, ja immer noch gefährliche und notorische Äther-Reale herum. Falls. Wir sollten uns besser gut vorbereiten für alle Fälle. Okay. Meister, du kannst durch Training die Methoden zur Materialbeschaffung herausfinden. Okay. Hier kannst du die nötigen Gegenstände für die W-Motor-Modifikation finden. Ja! Schau mal nach, wenn du eine W-Motor-Modifikation vornehmen musst. Äh. Ich teleportiere mich. Ich hab keine Ahnung, aber das ist auf jeden Fall meine Quest gewesen. Äh. Warte mal was. Ah, W-Mod... Da, okay. Äh, 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 ab, da, äh, ab, aber warte, hier. Äh, okay. Kann ich aber das machen? Also, warte mal. Also wenn ich jetzt hier Basic. Ja. Wenn ich dann hier Promotion gehe. Übung. Okay, es ist auf jeden Fall was anderes. Dann, äh, würde ich aber Support machen, weil den haben wir noch gar nicht. Ja, machen wir einfach so. Bevor ich da jetzt noch endlos rum balance. Okay. Okay. Dangerous target detected. Heavy gunner. This enemy can deal continuous damage. Please do not test its firepower with your body. Suggestions. Attacks from their blind spot. Mach die fertig. Mach die nicht mehr. Ich kann helfen. Höfst. Höfst. Zeit, umdrehen. Höfst. 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 So, mach noch eh. Ja. Höfst. 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 fertig habe ich ihn eigentlich gelevelt da bin ich mir gerade nicht mehr sicher aber gut hat ja funktioniert das stufen mit einem support wie okay 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 das meinen sie mit modifizieren okay sehr interessant dann war es vielleicht gar nicht so schlau den zu nehmen aber hey warte da war was hier aufsteiger proxys da was ich nehme das natürlich was stufe 20 ja okay ja aber dann würde ich jetzt einmal hier gucken ausrüstung und dann verstärken modifizieren okay das heißt modifizieren okay sehr gut aber dann ist ja wahrscheinlich wieder gar nicht mehr so schwach weil dann hallo danke einsammeln und dann haben wir das auch ja einsammeln einsammeln okay das haben wir auch basismaterial agenten beförderung was das sternlicht engine okay reiche heute 400 punkte stufe 2 wie motor auf stufe 20 hoch wenn auf der street offizier muu muu und sammle drei abzeichen auf seite 1 okay ich würde aber jetzt kurz gucken weil das das waren ja also 16 stück haben wir ja let's go gucken wir mal ob wir irgendwas bekommen jetzt kann mir niemand mehr was nicole du bleibst im team es ist doch noch gut ausgegangen okay erst mal hochstufen nein ich habe keine support dinge und meine batterie ist leer oh nein oh nein was mache ich denn jetzt warte vier suchen wir haben sechs dann machen wir einzelne das überspringen mal also das dauert mir irgendwie viel zu lange für eins genauso lange braucht okay b braucht auch kein mensch noch zwei suchen ja immer noch b ja keine suche okay dann gucken wir mal ja dann habe ich die jetzt sogar wow okay let's go let's go also erst mal nicole erst mal nicole super aufgeladen bombe erhöht den schaden und die anomalie ansammlung durch den verstärkten spezialangriff um 16 prozent verlängert beim anwenden des verstärkten spezialangriffs die dauer des am ziel erzeugten energiefeld für je 0,1 sekunden des zusätzlichen aufladens um 0,15 sekunden okay das sieht so cool aus okay dann ich brauche vier davon okay gar kein problem dann machen wir bei ihr verringert beim treffen von gegner mit corns verstärkten spezialangriff kettenangriff oder alte mit den physischen widerstand des ziels um 0,5 prozent 20 fach stapelbar okay das wird immer bei okay das ist ganz cool oh nein jetzt brauchen wir blaue dafür naja wir sind einfach zu weit ich gucke mal kurz ob wir ob wir vielleicht agentenbeförderung 9 von 60 was ist wenn ich dann nur einen rein tu dann auch nicht ne ne boah das kostet ne das kostet ne in 23 stunden ne das ist irgendwie unfair oder nicht können wir noch einen kaffee trinken warte mal sie hat da noch was da unten hat noch was geleuchtet hier ah 30 polychrom okay manu nur weil ich das ein zweimal gemacht habe können wir vielleicht theke ach so arti unsere theke ähm können wir vielleicht trotzdem kaffee joinken weil ich meine es ging ja nur aufs haus können wir noch eins kaffee sollte maßen genießen werden genießen werden genossen werden kaffee sollte man in maßen genießen deswegen aber ich hatte noch alle voll können wir irgendwas kaufen irgendwie irgendwo in dieser gemischt warenladen verkauft ist ein bisschen zu süß als ich klein war musste ich nur schmollen und mein bruder kaufte mir immer einen okay manu aber wenn wir hier eh schon mal sind warum liegt da kacka naja dann würde ich mal unsere äh unsere dinger also dezimieren weil wir haben da so ein paar bekommen inzwischen warte ich behalte wieder nur zwei einfach nur falls wir plötzlich ganz viele charaktere bekommen und für die nix haben so oh mein gott wie viel haben wir denn von denen so du 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 die rosanen haben wir auch ganz viel die fallen mir nämlich immer auf wenn wir sie bekommen okay dankeschön ich klicke jetzt einfach mal durch okay eieiei gut datenbank oh süß hässchen oh süß ja ist ja eh nur alles schlecht oh ne ah dampfofen dampfofen aber es kostet echt viel das zu machen ne vergiss es da würde ich sagen lieber nicht ähm ja war das eigentlich ganz gut das ist eigentlich ganz gut weil ich wollte eh nur immer zwei folgen aufnehmen und dadurch dass das nächste wahrscheinlich was super langes ist ähm kommt mir das ganz gelegen dass ich dann warten kann bis meine punkte aufgebraucht sind äh wieder aufgeladen sind meine ich damit man ähm ja erklär mir nur alles damit man dann wieder mit äh also die supporter sachen sammeln kann also damit man da wieder das vr training machen kann wie frei ist ne operative übung ne danke okay okay ähm ich wollte mal kurz gucken ja wir haben ja fast kein polychrom mehr wir sind ja fast also wir sind fast pleite Rang S-Signal garantiert in 66 suchen okay in 64 ist schon teuer Leute ist schon teuer na die ist halt auch cool aber die ist so so die ist immer so wütend die sieht so wütend aus Leben danke dann Internet Masterkassetten sehr gut okay ja gut dann hab ich's ja alles gemacht dann würde ich sagen wir sehen uns in der nächsten Folge ich danke sehr fürs zusehen und bis zum nächsten Mal Tschüdelü Bis zum nächsten Mal.